Ah ja, stimmt, beim letzten Mal gab's ja auf der Citadel das Chaos. Richtig, darum spielen wir jetzt weiter. So, äh, was haben wir denn eigentlich zum Turnen? Was, Gott, wie war denn das noch gleich? Unter, äh, John, ah. Da. Ja, und guck mal, der Beilies, und, ich glaub, den haben wir doch besprochen, oder? Ja, glaub schon. Quatschen wir doch mal mit dem Lauch. Weiß aber nicht genau. Ja. Hatten wir. Ja, dann nochmal bei Inspekter-Büro nachschauen. Vielleicht gibt's ja irgendwas Schönes zu kaufen. Ein Space-Hamster, äh, Fischfütter-Gerät. Hm. Weiß nicht. Hm. Paladin? Ah. Eating Stabilizers. Hm? Kommt nicht an irgendeinem Salarier, ich hoffe, was für der Wille abliefern. Cool. Oh, die Raider und... Na dann. Wo gehst du da hin? Warte, warte. Achso, na. Da ist die Schüttung, eigentlich. Ja. Gut. Ja, dann haben wir ja da soweit alles. Mhm. Ach, guck an. Interact. Do something. Die Viecher sind so daneben. Die gehen Sie mir aus dem Weg. Ja. Ja, ja, ja. So liegt der Stroh. Ja, ist das schön, so. Fane. Bane. Dann nehmen wir mal Abschied vom Bane, äh, Fane. Von Zähne, die Con. Mhm. Ungefähr, ja. Na, denen geht's ollen Dob. Hinteres Patientenzimmer. Hm. Nee, wo? Hinteres Patientenzimmer. Hinter. Ich hab unteres verstanden. Can I help you? I'm looking for a Drell named Thane Krios. Well, we have a Drell, but not under that name. He was injured. Stab wound. He's a regular patient here. It's all right, it's all right. I see. Hm. The doctors were able to repair a lot of the trauma. However, Mr. Krios is in the final stages of Kepprel's Syndrome. At its worst, Kepprel's Syndrome interferes with his blood's ability to carry oxygen. And he lost a lot. Now they've given him transfusions, but frankly, there was a very limited supply of Drell-Blood on the Citadel. Gut, gehen wir von aus. What do you mean wars? Ha. Ja, wir haben's weg. Boom, jetzt wohin. In den Drell rein. Is he still alive or not? Mr. Krios slips in and out of consciousness, and the outlook isn't good. It's hard to tell, how much time he has. When he's awake, he's pretty lucid. Never forgets anything. I think that helps. His son, Koliath. He's in there saying his goodbyes. You might want to say yours. Yeah. Yeah. Yeah, Skoliath. Dude, hast du doch kein rotes Aus-Aufnahme-List? My father mentioned you were no longer incarcerated. I don't know if you remember me. I'm Koliath Krios. I came to donate blood and, well. He asked me to take off his oxygen mask, so he could be comfortable. I don't think it will be very long. Haben wir, wir haben doch unseren Speicherstand, also wir haben doch, also wir haben dein Speicher, wir haben doch da was importiert, ne? Ja. Ja. Warum kennen wir den Lauch dann nicht? Wir kennen ihn schon, aber wir sind ihm ja nur einmal kurz begegnet. Einmal kurz, bei der Clan-Mission. Ja. Also, ähm. Your father is a hero, did you... Das klingt... Ja, ich mein, wurscht. Ja, aber... Da! Did you know this was coming? Der wusste doch, dass er das hat, oder nicht? Ja, ähm. Frag einfach nicht nach, ist das Messerfekt rein. Your father helped me save a lot of lives. I'd like to be here. Of course. See ya, Stan. See ya. I'm afraid I've picked a bad time to leave. You couldn't disappoint me, Fain. Not even now. Such pleasant things from your lips. Excuse me. Breathing is difficult. See ya. It will be soon. I need to know if the counselor survived. Yes, father. Three are alive, thanks to you and Shepard. Udina. He instigated it. He is dead. Nein, ma hin. There is something I must do before it gets worse. I must... Oh, die Animation ist and eckig. Brutal. Wash the scenes for this one. And set him on the distant shore of the infinite spirit. Oh, my God. You speak as the priest's still. You have been spending time with them. I brought a prayer book. Commander. Would you care to join me? Oh, Maria. Ja, äh, äh, äh. Ich als this Reaper Doomsday Device declare you to be a dead fucking Drell. Oh, der ist daneben abgeregt. Das tut mir leid. Ja, ha, ha. Okay, dann machen wir das natürlich. Das ist ja... Dane? Das ist ja unser weiches Eckstens. Ja, eben. Halt, stopp, da geht's um Schwänze. Diese Animation. Ich wollte gerade sagen, es hört fast ausschauen, als wenn du den Mund zuhaltest, was? Ja. Ei, 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 ei. Tot ist? Die Prayer ist nicht für ihn, Commander. He has already asked forgiveness for their lives, he has taken. His wish was for you. By thing. Meet you across the sea. Der bewegt sich noch. Freunde, das ist die Schlafanimation! Unter die Augen hoffen! Oh Gott, da ist beim Elot-Deck just back, aber was schiefgegangen. Also, wir fassen... Selbst im Base-Game so. Wir fassen zusammen. Thane schläft also noch. Um es mit... Sagen wir auf die Map, ob es hier noch wen gibt. Nö, hat es sie nicht gegeben. Okay. Sein drin. Ja. Gut, also denen da hier geht's übrigens auch sehr gut. Bast. Tja. Presidium Commons. Ja. Da gibt's nämlich Salariane, denen du Heating-Geldman's geben musst. Und fünf Kilo eingeweihtet. Was? Jetzt kommen wir zu Presidium Commons. Joach, du Scheiße. Okay, erstmal hoch zu Balaran und dem Magrack-Accountant. Hier oben irgendwo sein... Balaran. Es ist meine Geld und ich schläft meine Geld. Das Geld ist, was Sie helfen. Das Geld hilft, um die Citadel zu schützen. Wenn Sie es schläft und die Geld in der Bedeutung schläft, die in der Bedeutung schläft, das schläft. Wenn Sie die Krieg-Geldungen wieder schläft, und die die Citadel wieder schläft, meine Geld ist weg. Ich nehme meine Chance auf meine eigene. Danke. Also, Sie fliehen die Citadel? Sie fliehen zum Sanctuary? Wenn du den Kanzel vertraust, dann bleibst du hier. Warum sollte ich sie vertraut? Sie können nicht die Cerberus stoppen. Was können sie mit den Reapers machen? Nichts, wenn du dein Geld hast und schaust. Hast du gesehen, Palavin? Oder die Erde? Du kannst diese Krieg nicht wegschrauben. Zumindest hier hast du den Kanzel für dich. Aber um zu kämpfen, brauchst du Geld. Geld, diese Bank hat ihnen bezahlt, indem du Geld wie deine. Okay. Okay, verdammt. Lass die Bank öffnen. Wie kann ein Ort wie Sanctuary mehr Sicherheit als die Citadel geben? Du bist richtig. Ich glaube, alles wir können tun, ist... Eigentlich... Also ich würde sagen, so schlecht verteidigt ist die Sanctuary jetzt auch wieder nicht. Ich habe das Buch der Planeten. Sie wartet auf dich in Bay D24. Ja, 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 ja. Willkommen zu Elcos Combine, Arsonistik. Da haben wir eigentlich eh schon alles gemacht, ne? Tschüss, Jutta. Ja, 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 ja. Jawohl, ein Koi-Karpfen. Jetzt kannst du auch Fische kaufen. Ja, ein Basilikum-Salatfisch. Äh, ein, hm, ein Sushi-Fisch. Ein Dart-Fisch, was, das brauche ich nicht einmal blöd machen. Ein Belly-Fisch. Jo, das ist das Ding von Star-Lord. Ja. Blood-Dragon-Armor, ich finde den immer noch so hart. Und jetzt. Wie ist das so? Sehr schön. If you see anything suspicious. Du, da ist grad noch Reaper vorbeigeschwebt. Och, das passt schon. Oh, that terrorist bastard? Mmh... Courtyard, du musst mich nennen. Courtyard, Cour... Wie, wie sagt man das, Float noch gleich? Courtyard. Courtyard, ja. Direkt vor dir links... ...der Salarianer. Wie ist das so? Wie ist das so? Ne, denn nicht. Oha. 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 Das heißt, sie ist ja... Für, lasst die Leute saufen. Mhm. Ach, Kind, du schaust so geil aus. Die Depp vom Red hat er grad nicht gesagt. So. Officer Nobles. Ne, du? Ne, du? Pfff. Pfff. Du warst grad noch ein Problem. Kann ich dir helfen? Jordan Knowles, E-Crimes. Es ist eine Ehre, dich zu treffen, Commander. Sehr gut. Ich habe einen Saboteur-Hacking-Keysysteme. Power, Kommunikation. Es ist schlecht. Wenn du Zeit hast, um Hilfe zu helfen, check out this console. Got it. Es sieht aus wie eine Kollektion von Access-Codes. Ich scanne das mal mit meinen Augen. Sehr schön. Yara? Jetzt hier unten. Und auch Schatz. Ja, wo könnte sie denn sein? Ja, wo könnte sie denn sein? Hallo, Schatz. Hallo, Shepard. Hallo, Booty. Aus der Ansicht schlecht. Äh. Aus der Ansicht schlecht. Da hat er recht. Ja, aber ähm. Scheiße, es war doch fröcher. Okay, so. Fisch-Tank-Helmete. Puh. Oh, ne. Gut. Also, die Sentry-Interface ist natürlich schön, damit man mit Garrison Partner lobt ist. Stimmt, ja. Collector-Armor. Schaut nice aus. Hä? Wo zum Geil ist, oder? Wenn du die überbringst, du hast dir gerade eine Nacht überbracht, die du auch... Ah, ja. Na dann. Das wusste ich natürlich. Ich wollte nur schauen, ob du es auch warst. Mhm. Mhm. Ah. Ist das nicht das... Ist das das... Gewehr von den Dings? Keine Ahnung. Ich wollte mal erinnern, dass das ziemlich proto ist. Auf jeden Fall eine DLC-Waffe, weil ich habe die gegeben. Ich glaube, das ist die Fuck-It-All-Waffe. Die Modelle da oben. Das sind Modelle? Ja, weiter oben ist Modelle. Oh ja. Modell... 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 Dreadlord. Das Ding schaut scheiße aus. Okay. Ich glaube, das Antisynthetik ist, äh... ein ziemlicher Brot erworfen. Da ist glaube ich auch nix, gell? Eine Ebene, die waren noch die General, mit denen du gereden sollst. Oh ja, da war ja was. Hm. Ich bin ein Verrückter. Das ist die Wahrheit, die verletzend, die Stichwaffe die Stichwaffe. Wenn die Stichwaffe kommt, wenn die Stichwaffe kommt. Was ist das, was ich so gut bin? Was ist das, was ich so gut bin? Ich bin so gut, ich bin so gut. Aber er wird nicht so gut, dass er sich nicht so gut ist. Aber er wird nicht so gut, dass er sich nicht so gut verwendet wird. Die Reapers werden alles verletzt. Und ich kann nicht mehr überhören. Aber ich kann nicht mehr überhören. Aber ich kann nicht mehr überhören. Ich kann nicht mehr überhören. Ich will mir was, was ich für dich machen kann. Ich würde mich auf deine Hilfe verleihen, und ich habe ein Plan für eine Anwuchs, wenn die Dinge durchfallen. so jetzt sollst du mit dem einen händler und bei der 6 reden da wo du gerade eben warst was wollen denn die leute eben auf schreibt er denn wo schreibt er denn alle anzeigen was denn da sind wir jetzt so und nein wo denn er noch hier in der wundervolles markiert hier ist die nächste eigentlich Eigentlich... Ja... Ist das so? I got a stick to my guns Haben wir da schon was? Cool, jetzt müssen wir für den was trainen Entweder das oder wir müssen einfach mal den General-Oraker fragen, ob der was weiß Schauen wir einfach mal So, wie Gott, wie hast du? Ne, der Codex ist einfach Hintergrundinformationen Mission Summary, das sind die Quests Mhm Joa Aria in Blutshand Deal with Oraka, ja So Aber da steht nichts genaueres Das Bainikon macht sich an die Arbeit Joa Gut Anyways Sie werden auch mal ausgelaufen So, ich glaub da ist uns eigentlich eh nichts, was mir interessiert Nö Wir müssen einen Artefakt finden Nice Kitesnest Ich weiß sogar nicht daneben So denn Doch Docks haben wir gehabt Also Normandy Ja Bei Wir haben ja noch die eine Aufgabe, die wir eben bekommen haben von der C-Sec Und zwar Äh An ein Specter-Büro gehen und danach passen durch Stimmt ja Wir haben mal kurz Pause machen Outputs, Pause So Ich hab eben nur ein lautes Fack gehört Ein lautes Fack? Ein lautes Fack Hold on So So Embassies Das ist doch mal netter Naja Wobei Okay Aha Was sind das für geile Rüstungen bitte? Ja wir haben ein Fokuspunkt auf der Rüstung Was ist das? Arsch Ja Ja Es ist wahrscheinlich psychologische Kriegsführung Wahrscheinlich ja Die Gegner werden abgelenkt durch Ruby's and Ash Ja So Jo Äh Top Toll Läuft Boah Ast Jetzt kann man wieder in der Gegend rumlarven Ja Hr Ah Drück mal die Map Okay auf dieser Etage gibt es anscheinend nichts Hm Dann drück mal die Map und schalte mal die verschiedenen Etagen durch Okay Einmal in die Map Bay und dann müssen wir noch gleich ins Warum willst du in die Map Bay? Weil Lab Service ist Konsole Da gibt es eine der Konsole zum Scannen Ja Und da müssen wir eindeutig noch Junker besuchen Aha Oder aha Ja Es wird noch länger dauern, Dr. Gabby Mhm Und da müssen wir anfangen Also erster halten Map Bay Da ist doch Matt Da ist doch Map drin Nein Mhm 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 Ah Now arriving at Huerta Memorial Hospital Halin Passt So Eine Konsole ist heute wieder scannen Ja Macht das gerne mit den Reap Augen Das war das falsche Das ist nicht das Purgator gewesen Nee Nee du Dann nehmen wir halt äh das Purgatory Ja Purgatory Purgatory So M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m So No The problem is that our people are terrible at making war I miss afterlife Yeah This place is so clean and squeezy Nee Anyhow, thanks for the drink Ah, Evie I'm curious What material is your face made from? The surface is a flexible biomimetic nanomaterial over a metallic skull The skin uses sheer thickening technology to help protect the central processing within the head If the skin is struck or shot, it solidifies to absorb the impact It also is capable of limited self healing Is that so It is of similar construction For defense, I have said it to cohere into a solid piece However, for infiltration purposes, it can be parted into individual strands If it has recently been exposed to water, I generally can't do a thing with it Hmm That's normal, Evie That's normal I find the I find I find Das find me so schräg Gib doch mal die 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 Asaris Also Weiß nicht auf was ich mich grad konzentrieren soll Oh Die Schuld auf jeden Fall nicht Ja Warum soll die Doddie das? Hey Shepard Everybody knows you can't dance Ja, das ist so brutal Aaaaah Das ist so brutal Shepard kann saufen, aber nicht tanzen Ja Und da kommt Raider Kann auch nicht saufen Ja Das war so geil, ey Yo Jack Oh Jack Oh Jack Ugh This sucks What have you got there? Duty roster for the students It's what I do for fun now They're dropping us into hotspots for hit and runs I'm making sure your bosses don't get my kids killed How are they holding up? They're fine They're not the ones reading duty rosters while on shore leave Hehehehehehehehehehehehehehehe Hehehehehehehehehehehehehe Plane if you like But I think military life suits you Hey Running back to the Alliance was your life long dream not mine Come on Plenty of combat Free room and board And people you can depend on Yeah yeah Maybe your little suicide squad taught me something about teamwork Speaking of which Thanks I didn't think my guys could cut it I wanted to put them in the back ranks I wanted to put them in the back ranks You believed And you were right They're kicking ass It'd be a hell of a lot more fun than you You find bigger fights But the locals are useless without me Hernandez But I must stick with them Because I'm dependable now apparently I blame you for this shepherd Come on What What The dead crossers could wait Right now you're on shore leave Nee, 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 nee Ja, aber gut, das sind dann meistens jüngere Leute unter schwerem Alkoholmissbrauch. Ja. Ist die Jack jetzt tot? Nee, die ist jetzt irgendwo anders und so. Und poppt sich grad quer durch Edi durch. Ich weiß es auch nicht. Okay, passt. Die Joker müssten das, glaub ich, irgendwo hier rumhacken. Alter, Killerbeat in der Butze. Hey! Maybe I can help. The banner of the 1st Regiment is waiting for you at Bay D24. Ich stelle mir das gerade so vor. Der Machtreich von Bay D24. Also ein Haufen Grünfe. Yo, Joker. Look at this. All it took was a Cerberus attack on the Citadel to get folks around here to pay attention to the war. How's this any different from normal? Can't you see the desperation? This isn't happy dancing. This is forget my problems dancing. Look at the arms. Ah, Soda. Ah. That surprisingly observant. Yeah. I've had time to watch a lot of dancing from the sidelines. Speaking of which? Nee. 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 Watching from the sidelines. What do you think about me and Edi? Gott sei dank. Gott sei dank. Warte mal. Das ist so richtige Antwort. Ja, warte. Ja. Was halten Sie eigentlich von mir und Edi? Ja, sehr. Was? Das ist einfach dieses... Sure. Das ist die perfekte... Sehr. Klar. Freitag. Schwanz. Was? You know, with all this interest in Edi, it's possible you've overlooked other options. Uh... I've never really considered it, Commander. No offense. I've taken. I've taken. So, you and Edi? Well, yeah. What do you think? He's like, sir. Sure. He's so good, sir. Yeah, sure. Why not? Because I could break a bone just from some light over the clothes action? Yeah. And it's always a risk. But then so are the Reapers. Yeah, I wasn't planning on dating Harbinger. You know what I mean? If we all ended up dead this time tomorrow, what would you regret? Getting a shattered pelvis. And a broken heart. Such a sad idea. You just have to be stupid. Alter, that's a epic answer, yeah. You just have to be stupid. Be for friends. Yeah, exactly. Friendszone, the robot. If you could be out there right now on the dance floor, would you be waving your arms? Yeah. Sounds like you got bigger things to worry about than looking stupid. Yeah, guess I do. Now, if you'll excuse me. I'll break me down my leg over. Ciao. Crax. So, wo kann man da jetzt noch runter spannen? Alter, der Beat ist so geil. Idiot und Joker. Boah. Boah, Joker. Boah, Joker. Boah, Joker. Joker, vielleicht hättest du deine... I haven't broken anything yet. I haven't broken anything yet. Let's start. Joop. Haven't broken anything yet. Alles klar. Ja, Mädel. Ah, ja, genau. You can't always try to do the same with the Arya-Nerven. Just the Omega-Nerven. Just the Omega-Nerven. Just the Omega-Nerven. I can almost say we're going to break. Since we took back Omega, I've been consolidating my resources for the war. It's a little easier to coordinate from here. So, unfortunately, I'll be slumming it on the Citadel for the time being. I hope this isn't a social visit. You still have work to do around here. Joop. It's just a social visit. Die Arya schon, ja. Ja, ja, ja. Der hat's auch noch ein bisschen... Also, nah, dem geht's gut. Zehnmetrische Tonnen Midi-Gil quer ins Ohr und dem geht's wieder prächtig. So. So, dann... Mal auf die Map gucken, wo müssen wir denn sonst noch hin? Für die... Und so inscannen. Ja, warte mal. Hospital haben wir fertig. Embassy haben wir nix. Bay D2... Ja, dann haben wir die Docking Bay. Nur da noch. Ja, und danach wird eine noch... Es wird noch eine eben... Danach in den Holding Area kommen. Mhm. Zuerst dann auch so ein bisschen die Man-Bissies. Ja. 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 These are the remote navigation codes. Last week's crash at the docks we thought it was an accident. Shepard, there were 117 Alliance soldiers on that ship. All human. Just like the patients at the Hong Kong. Wo hast du noch gemannt? Ambassies möglicherweise? Oder hier? Holding Area. Drei. Der heilige Gral der Videospiele. Kroatisch müsste man können. So. In die Zwuss war ich auch nicht woanders gucken. Und an. Good dog reporter. Solek Vaz, Dokumentarier. Please, vielleicht kannst du dir helfen. Ich versuche, die Storien der Flüchtlinge zu den Citadel zu dokumentieren. Sie sind verloren. Sie sind Sacrifice. Sie sind Momente von Braverie. Was hältst du dich zurück? Seasec will nicht auf den Docks. Sie sagten, ich wäre disruptiv. Aber du könntest ein paar kurze Schätze für mich finden. Mhm. Mhm. Good idea. The galaxy should see what these refugees have been through. Thank you, Commander. That's exactly what I'm hoping for. If you could just take a few shots with your Omnitool in the refugee camp. I'll be here when you're done. Ja. Ja, jetzt darfst du ja alles mögliche abprotographieren. Darf ich doch wohl bitte? Also, ähm, 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 eh, musterf... It's for research. Yes, that's just what this documentary needs. Flennende Menschen. LÄUFTS! Da kannst du mal einen kleinen Kind an Lutscher wegnehmen und dann auch einmal noch am ordentlich aufs Knie hauen. Hm. Andreas. Ja, gern. Dann fängt er fremd. Na, ihr wollt die schöne Seite von ihm haben. Naja, ey man. Kann man machen. Der schwalt da irgendwen zu? Ach, deswegen liegt er schon. Ja, ja. Das ist doch der... Bereuter sind es nah. Kann's gut sein. Nurse. Ist das auf Englisch, ist das auf Englisch ein unisex Wort? Ja. Ja dann. Kann ich mit ihm sprechen? Ja dann. Nur wenn es wichtig ist, Commander. Er hat schlecht gehört. Lass den Sedativen ein bisschen, aber schnell. Ich schreibe ihn in 50-50. Bist du Gorak? Geh weg. Nichts zu sagen. Nichts, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Du! Ich weiß dich? Welten, was er hat nur die Aufmerksamkeit sitzt? Kaver Kriterium, nerede jemand von Eratow, pamięt ihr Gesicht? Planeten, der hat eine Kolonien Eratungsflösung, eine Aufmerksamkeit. Sie haben eine Kolonie. Mit dem Regret haben sie... keine Kraft. Ja, äh, ne, also, jetzt hör ich zu. Jetzt hör ich zu, bitch! Bitch! Why don't you... Why don't you get rid of another Batarian for your precious galaxy? Shut down this machine. Just let me die. Nö. 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 Wenn schon Arsch, den Arsch. Jawoll! I'm done here. Good. He wants to cut himself to death without a sedative. No. Wait, I... Just take it easy. There. Hehehehe. Hehehehe. Nice. Good. Ja, so, das ist der Hanspürroth. Die Ente ist nah. Der Heider und der Wohler gleich hinten ran. Äh... Hm, der Arsch ist lame. Der kleine 14-jährige Arsch? Ja. Ey. Die Zuschauer sind möglicherweise auch Pedos. Man muss ja alle Zielgruppen vordenken. Moment. Hat er grad nicht gesagt. Hat er grad nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Wer weiß, gleich zum Salarianer. Für die ist halt nicht der 20-jährige... Schrecken. Ist halt bei Salarianern schon... Früchtig, ja. ... wieder tot. Cool. Ich muss grad die Medigale Dispenser scannen. Ich versorg's, aber da stirbt grad jemand. So. Da ist eine. I want your ass on a leash. So. Da ist noch eine. Jaaah. Guten Tag. Die Shepard VI, das ist ass so geil. Jaaa. Jääääääää. Guten Tag. Hahaha. Hahaha. Ja, das ist ein epischer Spruch. Das ist so schweinig geil. Das ist so schweinig. 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 Du wirst keine Probleme mit diesen Codes haben. Wolltest du mich, ihn zu verraten? Ich will dir eine Kugel in die Hände legen. Wir machen uns heute ein paar Sacrifice. Lass ihn gehen. Inspektoren-Autorität. Entstanden, Commander? Und danke. Uh, Mädels. Ähm, was? Ich war auch kurz abgelenkt, Entschuldigung. Der mit dem... Ja, immer gerne. So. Sonst haben wir ja duals fertig. Ja, dann musst du noch am Ausgang einmal mit dem Vortag quatschen. Boah, du hast Pro 15 aufgemacht. Ab! Ach, wo wir es mal hin? Wo wir es mal hin? Boah, alles fertig? Pardon? Und? Shut up, Handy! Entschuldigung. So. Äh... Und daher, wie viele mögliche kommunikationsfähige haben wir noch? Ich würde gerne eine Transfere in eine Zone mit Reapers, Sergeant. Was? Und kann ich fragen, warum du denkst, dass dein Reapers spezielle Treatment, Private? Ich denke, ich werde besser gegen Reapers als Cerberus, Ma'am. Und welche Combat-Experience gegen Reapers hast du das an? Ähm... None. Ma'am. Oh... Oh... Outstanding. Hey! 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 I wondered where you went. What's up? I'm trying to wrap my head around what just happened. You sound angry. No, just not used to staring down the gun of someone I've worked with so closely. I don't want down and it's got me... I don't know. Okay, talk to me. Let's have it. If I hadn't back down first, I feel like you would have taken me out. Yo. Damn, yeah! Yo. It doesn't matter. It could have played out a dozen different ways. Main thing is we stopped the coup and Cerberus is off the Citadel. Now, but sometimes the way a thing goes down does matter, Shepard. Later when you have to live with yourself. Knowing that you acted with integrity. But it matters. You're talking about Odina. He gave me no choice, so I took the shot. Any soldier would have done the same. Including you. Okay. Look, Shepard, there's... There's another reason I'm here. Hackett offered me a position. But... I turn it down in a second, if there was a chance to join you on the Normandy again. Wollen wir 10 Kilo Lauch am Schiff haben? Er ist besser als Ash. Ash? Also Kaiden hat wenigstens ein bisschen Charakter. Stimmt. Ash verreckt halt immerhin Messe Effect 1. Konnsinix für schlechter Charakter. Äh, ja. Sagen wir absolutly? Ja. 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 Shepard, I got Anderson patched and I was just getting him up to speed. Odina? That SOB was always power hungry. But this? He wasn't in charge. 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 I take it you two have met. Kayleigh Sanders and I had our share of run-ins with him. I shot him in both legs once. Thought that might be the end of him. But he showed up again on Omega, even stronger. Elusive man patch him up? That'd be my guess. Given what they were able to do with you and Grayson. It's a safe bet Leng's even more dangerous now. I don't care who he is. Next time we meet, he dies. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari counselor. They're requesting an update on the Crucible. Leng has them scared. Enough to send help? Hmm. Yes, the Asari and Salarians are both throwing in their support now. How's your progress on the Crucible? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. So quickly. Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific. Hmm. Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. Utilized in the right fashion, our scientists are convinced it can generate enough energy to destroy the Reapers. The question is, how will it dispense the energy? And in what form? Yeah. You mean, how do you stop it from wiping us all out? Exactly. We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy. How to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answers, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. Cerberus. Reapers. They'll all pay for this war. One way or another. We're still in this. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Hand us a note. Commander, the Tyrian fleet is stretched thin. We need more support ships. And the Quarians are willing to talk. Understood, sir. I'll look into it. They're willing to talk. Bust. We've got reports of instability along the Geth border. Hack it out. Yo. Shepard, do you have a moment? A contact with Inasari High Command was insistent I pass on a distress signal to you. Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but... I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colonies coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Good. Ja, schön. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss! Spies! Tschüss! Schönen頻道!